Nicht Disney, sondern Dismarland, so hieß das Projekt, mit dem der Street-Art-Künstler Banksy vor drei Jahren weltweit für Furore sorgte. Banksy selbst nannte die Parodie auf Disneyland, einen Familienfreizeitpark, der für Kinder ungeeignet ist. Noch immer ist unbekannt, wer sich hinter dem Namen Banksy verbirgt. Seine Identität ist geheim. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland nähert sich dem Phänomen Banksy jetzt mit einer Fotoausstellung. Hier ist alles anders. Nixen haben einen heiligen Schein und zwei Gesichter. Im Vergnügungspark Dismarland in Südwestengland werden Besucher von mürrischen Mickey-Mäusen empfangen. Doch dieses Kunstprojekt des berühmtesten Street-Art-Künstlers der Welt Banksy ist längst Vergangenheit. Am Leben gehalten wird Dismarland durch die Bilder des englischen Fotografen Barry Corston. Sie sind eigene Kunstwerke mit kontrastierenden Farben, bunt und doch politisch. Der Ansatz von Banksy ist immer grundsätzlich gesellschaftskritisch und hat auch das Ziel, auf Missstände hinzuweisen, mit der Möglichkeit, dass die Menschen, die dies wahrnehmen, sich überlegen, wie kann es besser sein, wie kann es besser gemacht werden. Und damit ist es natürlich auch ein Beitrag zur Verbesserung unserer Welt. Auch das im letzten Jahr eröffnete Banksy-Hotel in Bethlehem direkt an der Grenzmauer hat Barry Corston fotografiert. Seine Bilder dokumentieren Banksy's Sinn für die Absurditäten unseres Lebens. Sie erzählen Geschichten aus der Realität und bleiben doch geheimnisvoll wie ein Traum. Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte wirkt das besonders eindrucksvoll. Sie sehen, wie es die Weltkulturerbe Völklinge ist.